ich meine hey das ist mir sofort klar geworden wir müssen natürlich hier nein wo ist er denn eben noch hin da nee da drüben ist er hoch was war das was war das denn ja natürlich haben wir das jetzt ausgelöst haben wir das jetzt gemacht wer ist diese andere wir haben die brücke fast komplett uns fehlt nur noch ein teil aber wer ist das vielleicht sollten wir mal folgen und wirst leiden ganz gemütlich darüber ich will mal sagen wir folgen dem einfach mal dabei ist schon ein bisschen besser bescheid wer ist das denn hä guck mal der hilft uns wer ist das ist es ein anderer ist das vielleicht ein anderer mitspieler ich weiß es nicht und schon ist die brücke komplett oder die sieht komplett aus nicht schlecht nicht schlecht würde ich mal sagen dann gehen wir da einfach mal hin wer ist das wer ist das warte doch warte warte bitte ich kann nicht fliegen ich bin armarschig hab erbarm warte auf mich oh ah da kann man drüber fliegen oh geil geil okay wofür das uns diesmal hin da unten war wieder was da unten links ich weiß nicht sollen wir nochmal runter na komm jetzt sind wir schon so weit wer ist das wer bist du denn ähm ja danke wer bist du huch okay äh ähm ja natürlich wir setzen uns einfach hin wer auch immer das ist und da ist schon wieder diese Gestalt wer bist du sie sieht so vertrauenswürdig aus und sie erweitert unseren Horizont Lichter Türme war das eben die Brücke ist das die Brücke von eben oder ist das eine andere Brücke es geht scheinbar weiter okay das sieht aus wie so ein Tunnelsystem und die Türme erleuchten ich weiß nicht was es zu bedeuten hat also ich finde es bisher ziemlich geil nur es verwirrt mich extrem so wir folgen mal Mister Unbekannt äh ja cool machen einfach mal nach wer auch immer du bist ich weiß nicht ist das ein anderer Spieler ich hab keinen Plan es ist so verdammt heiß und wir irren im Nichts umher weil hier sieht es auch wieder ganz anders aus wir sind im Riesenberg so nah und wie man sieht nach wie vor so fern wir folgen mal dem anderen Spieler okay wenn wir uns nah sind dann leuchten wir ich weiß nicht was das alles so bedeuten hat der Sand wird gleich stroser und irgendwie ist das wieder eine ganz andere Stimmung was das was ist hier los ähm ah da gibt es wieder was zu tun genau äh das was der da macht ähm oh hallo ähm ja der oh wo geht er hin ach der führt uns der führt uns zum nächsten Ort okay bevor wir noch ziellos durch die Gegend laufen umher irren ich hab keine Ahnung wo wir hin sollen aber wahrscheinlich immer weiter Richtung Berg der eine riesengroße Menge an Energie freisetzt wie es scheint das sind Schriftrollen oder ist das ich bin mir echt nicht sicher ist das ein anderer Spieler ich hab keinen Plan ich will den auch berühren so ich komm mal zu dir ah so da ist nochmal was ich will erster sein lass mich erster sein und es kommt das hat was von der Qualle das hat ein bisschen was von der Qualle oh da unten sind Steinchen ich komm immer zu spät oh ähm okay was hat das jetzt zu bedeuten ah ah der versorgt uns wahrscheinlich mit Sprungenergie glaube ich ja wir konnten eben zweimal springen komm wieder her natürlich nur wenn er in unserer Nähe ist so genau seht ihr jetzt kann man wieder fliegen boah zack da hinten ist ein riesen Turm und da oben sehen wir schon wieder die tausend Schriftrollen vielleicht wieder eine Brücke ich weiß es nicht wir müssen auf jeden Fall irgendwie da hochkommen da hinten sind noch welche wer ist das so da nein oh knapp knapp ich will hoch ja und wir sammeln die Energie wieder ein beziehungsweise teilen es uns ähm ja wo sollen wir lang ist jetzt die Frage da wo ist der Turm oh da hinten brüllen sie ach da okay was hat er damit ausgelöst auch mal ja oh oh das werden ja immer mehr ja da hinten ist noch einer hä wo geht er hin wo geht er denn hin ja flieg flieg da ist wieder der nächste Ort oder nein noch nicht wir ehren erst mal im Sand umher wer auch immer du bist ich vertraue dir okay okay so Dauerflug gerade und wir sind wow wow was war das das kam direkt vom Berg oder da wir haben etwas eingesammelt okay sie fliegen im Kreis ich weiß nicht wo lang wir sollen sollen wir da jetzt hoch der fliegt dann auch immer rum ich würde mal sagen wir gehen einfach immer weiter Richtung Berg ja auch wenn es windig ist egal nein komm schon komm schon wir müssen es schaffen nein Mann okay dann eben nicht dann vertraue ich dir wieder mal so boah hier ist es ziemlich windig und nebelig ein Sandsturm tobt auf so wenn wir das beide machen können wir uns scheinbar aufladen mit dieser Schriftrollenenergie oder was auch immer das ist ich weiß es nach wie vor nicht ich weiß auch nach wie vor nicht was so unser großes Ziel ist sollen wir da das sollen wir da hoch was meinst du da hinten genau das hat er auch gesehen da ist unsere Qualle unsere quallenartigen Schriftrollenfreunde nein so so da oben meinst du so wir fliegen nochmal hoch okay das hat nicht viel gebracht jetzt probieren wir es nochmal jetzt probieren wir es nochmal jetzt probieren wir es nochmal da hat sich da hat sich einer verfangen da sind sie ja oh die helfen uns das ist ja geil da sind noch mehrere drin okay die sind da drin gefangen okay ich schätze mal wir sollten weiter wir holen immer mehr von denen raus aber ich würde mal sagen wir machen hier ein ganz kleines Folgenpäuschen und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder von journey vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao ciao